Hallöchen, 5. Dezember heißt fünftes Türchen, wir schauen mal rein. Etwas größeres Paketchen, also ein Satz im Busse, ist noch was drin? Achso, nur das obligatorische Fühlpapier. Machen wir heute mal als erstes, als letztes. Na komm, ein Imbussatz von VIA, wer hätte das gedacht? Von 1,5 bis 6,0. Also für uns Modellbauer schon mal die wichtigen Größen dabei. Von der Qualität selber sind okay, aber ist jetzt keine Aeromax Qualität, was die Imbusse angeht, ganz ehrlich. Weil das sind diese ganz normalen Gekrypten, das ist ein ganz normales gestanztes Werkzeug. Man sieht jetzt die Kanten sind hier sauberer als bei irgendwelchen Baumarktwerkzeug, das ist klar. Aber man sieht halt, dass es gestanztes Werkzeug ist. Aber, dennoch, schöne Sache, kann man haben. Ich werde die größeren wahrscheinlich benutzen für andere Sachen. Für Modellbauer habe ich ja die Aeromax. Ja. So viel dazu. Das war's mit Türchen Nummer. Wer geht was? 6. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ne, das war mir Nummer 5. Entschuldigung, Nummer 5. Ciao.